So führen Sie wahre Besucherströme auf Ihrem Webshop oder Ihre Internetseite. Ganz ohne Knüppelei. Spamming, Hardselling, Kaltakquise und andere Knüppelmethoden sind im Marketing passé. Lassen Sie sich von mir einen genialen Weg zeigen, wie Sie auf eine ganz sanfte, aber dafür umso wirkungsvollere Weise an wahre Besucherströme für Ihren Webshop kommen. Ganz ohne Stress und für Sie und Ihre Kunden. Kommen Sie so spielend leicht an viele neue Besucher. Und aus diesen Besuchern werden zu einem Großteil zahlende Kunden. Vorausgesetzt, diese Besucher fühlen sich von Ihnen nicht bedrängt. Und genau dafür sorgt meine exklusive Methode der lampfrommen Kundengewinnung. Diese neue Form der Akquise ist eine echte Geheimwaffe, die Ihnen einen klaren Vorsprung vor Ihren Konkurrenten verschafft. Außerdem ist sie absolut abmannsicher, denn sie wurde von mir persönlich an 22.000 deutsche Rechtsanwälte ausprobiert. Einfacher und leichter können Sie nicht an Neukunden kommen. Dieses Buch, Besucherströme clever steuern, hilft Ihnen, Ihren Besuchermangel in den Griff zu bekommen.